Nathalie, wo ist mein Vater? Er ist in Gefahr. Das weiß er schon. Guten Tag, Ladybug. Vater, du musst hier weg. Der Hypnotiseur Simon Saces hinter dir her. Was? Denkst du etwa, ich lass mich von einem Verrückten rumkommandieren? Aber Vater, er ist gefährlich. Wer weiß, was er vorhat? Geh in dein Zimmer. Das war genug Aufregung für heute. Nathalie, bringen Sie die beiden bitte nach oben. Ich muss mich für ihn entschuldigen, Ladybug. Den Hang zur Dramatik hat er von seiner Mutter geerbt. Aber er hat wirklich recht. Simon Saces ist nicht zu unterschätzen. Sie sind in großer Gefahr. Was sollte mir passieren, wenn du hier bist, um mich zu beschützen? Bist du sicher, dass dein Vater nicht eine Art Roboter ist? Bei meinem Vater bin ich mir bei gar nichts sicher. Dein Zimmer ist ja so groß wie ein Fußballstadion. Mach's dir bequem. Ich geh erst mal duschen. Jetzt? Ist ne Model-Angewohnheit. Wieso hört mein Vater denn nie auf mich? Pleck, verwandle mich! Ist er nicht makellos? Was? Äh, wie bitte? Makel, was? Adrien, mein Sohn. Er ist ein Ebenbild der Perfektion. Oh ja, er ist perfekt. Ich meine, äh, ich, ich kenn ihn nicht so gut, aber er wirkt wirklich... Ich hab noch nie diese Ohrringe bemerkt. Sie sind wirklich einzigartig. Darf ich? Entschuldigen Sie bitte. Cat Noir, wo warst du? Ich hab, äh, versucht, Simon Saces aufzuhalten. Und? Cat Noir! Ich hab's nicht geschafft. Er kommt. Und nicht alleine. Schließt alle Fenster und Türen. Sie kommen aus allen Richtungen. Tut, was ich sage. Aktiviert das Abwehrsystem. Wir müssen uns verbarrikadieren. Haus gesichert. Wieso kennst du dich mit dem Sicherheitssystem aus? Ist doch klar, dass ein Haus wie dieses sowas hat. Hier kommt keiner rein. Das Haus ist wie eine Festung. Simon Saces sagt, zerstört es! Notstromversorgung aktiviert. Es sind zu viele. Das Sicherheitssystem hält nicht stand. Adria und Nino. Ich geh sie lieber holen. Da, Natalie. Nehmen Sie die Fernbedienung für den Notfall. Und bleiben Sie bei ihr. Ich versuch, die äußere Abwehr zu verstärken. Gehen Sie in den Eingangsbereich. Hier ist es nicht sicher. Niemand erteilt mir Befehle. Nicht einmal ein Superheld. Sie sind genauso in Gefahr wie die anderen. Glauben Sie nicht, dass Sie etwas Besseres wären? Und jetzt tun Sie, was ich sage. Wie temperamentvoll. Du erinnerst mich an jemanden. Ich denke nicht, dass das eine gute Idee ist, Simon Saces. Gabriel ist dort. Ja, aber unsere Abmachung. Vergiss sie nicht. Ich fühle, dass Ladybug und Cat Noir in der Nähe sind. Wenn du sie vor dir hast, kannst du unsere Abmachung einhalten. Und dann wirst du dir ihre Miraculous holen. So gut wie erledigt. Simon Saces wird sie vernichten. Ladybug? Was ist denn hier los? Wir müssen uns in Sicherheit bringen. Wo ist Adria? Er wollte duschen. Jetzt? Modelangewohnheit. Bringen Sie Nino nach unten. Ich kümmere mich um Adria. Und geben Sie mir die Fernbedienung. Adria? 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 Ja? Äh, wir sollten jetzt, äh, gehen. So gefährlich. Wir müssen. Darf ich mich erst noch anziehen? Sicher. Wenn's sein muss. Äh, ich meine, natürlich darfst du. Nichts? MusstMONI DREAD DREAD Untertitelung des ZDF, 2020